Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Anfang, weil hier gibt es auf jeden Fall noch was. Eine Sonne fehlt uns hier. Irgendwas hat es auch mit dem hier zu tun. Sind die jetzt auf der ganzen Welt irgendwo? Oder sind die bloß hier im Anfangsgebiet? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht über die ganze Weltkarte verstreut sind. Aber hier fehlen sogar noch zwei. Aber ich schiebe bloß drei Stück bisher. Okay. Hm. Naja gut, dann... Da hinten ist der Hase. Und noch mehr zum Surfen. Warum musst du eigentlich immer so ewig weit im Wasser spawnen, Kollege? Das machst du doch, um einfach nur mich zu verarschen. Erstmal müsste der Hase holen. Komm, Mr. Hase. Warum kann Mr. Hase eigentlich übers Wasser hüpfen? Ist das Mr. Super Hase oder was? Ja. Na, Mr. Hase? Ich schneide den Weg ab. So halb zumindest. War fast gut. Ich fange die Nase am Strand. Wo war jetzt diese... Da hinten noch. Oh, Bowser kommt. Egal, wir surfen jetzt erstmal hier. Wow, unterirdisch. Cool. Ach, Bowser. Bitte, bitte, bitte. Ist doch gut. What the fuck ist das hier? 5 Insignien da oben? Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich mache das hier richtig, oder? Jippa! Gegen die Zeit. Flotte Tauchmanöver. Ja, ja, geh mal weg. Oh, Secret Way. Sieht man von hier gar nicht. Uhu. Moment, was war das da unten drunter? Ah, bloß. Bloß Katze. Na gut, daneben Katze. Hm. Noch mehr Hasen. Überall, überall blocken Insignien aufgrad. Oh, und noch so ein Teil. Überall sind noch Sachen jetzt zu entdecken. Na, natürlich gehst du links rum. Du Arsch. Willst du mich veräppeln? Ja, aber wo willst du hin? Hm. Wie er mich trollt. Ich kriege ihn nicht. Verdammt. Jetzt aber. Hat ein bisschen gedauert. Gut, 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 gut. Umgucken, ob ich auch irgendwas finde. Kann man ja alles gleich mitnehmen. Da war doch irgendwo da hinten noch so ein Teil zum Einsammeln. Wo waren das jetzt? War doch hier irgendwo, oder? War das nicht hier irgendwo? Aber hier habe ich angefangen, den Hasen zu jagen, ne? Dann bin ich jetzt immer hier so irgendwo so irgendwie so lang, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde es einfach nicht. Ich bin lost. Kann einfach auf der Karte gucken. Da hinten ist noch was. Glücksinsel. Na, gehen wir doch mal zur Glücksinsel. Ich schwimme gerade in die falsche Richtung, aber hier ist auch noch irgendwas. Hm, direkt vor mir. Auf dieser Insel. Oh, Captain Toad. Du hier. Ja, Bowser Junior regelt das. Ja, das einmach ich. Komm. Hey, Toadie. Was geht ab? Toadstrupp. Anführer auf Abwägen. Hallo, Captain Toad. Ja. Okay, also seid ihr wirklich... Es sind vier Toads und sind über die ganze Map verteilt wahrscheinlich. Was sagt die Map? Die Map sagt, ganz am Anfang ist noch was. Wut, Schatten an Bord. Ach, ich kann mich ja jetzt warpen. Nice. Einfach nice. So, wie wir dich blatt machen, Luigi, wissen wir mittlerweile auch, indem wir einfach Bowser hinschicken, also Bowser Junior. Oh. Ich muss auch stehen bleiben dafür. Na ja, und ein bisschen hinterher muss ich doch noch. Easy, schniezy. Seid doch mal stehen, Kollege. Wo ist denn der Kollege? Hier. Hau den mal kaputt, bitte. Abowser. Junior, Junior, komm mal her. Ach, du... Jetzt sollst du hoch. Genau. Und nein. Ah, Gott, was tue ich hier? Bowser Junior, jetzt einmal schlagen. Sehr gut. Danke dafür. Cool. War aber auch noch nicht alles. Eine fehlt immer noch. Moment, wenn ich mich jetzt wegworbe und dann wieder zurückworbe, müsste es doch da sein. Einer, klar. Klar. Zerstöre die Wutblöcke. Die habe ich doch ganz am Anfang zerstört gehabt. Ist das das Letzte, was jetzt hier fehlt? Da vorne, die habe ich doch ganz am Anfang kaputt gemacht. Hm. Hey, cool, ne? Habe ich euren Käpt'n gefunden. Den Rest braucht ihr nicht. Geht wieder. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich erstmal die Wutblöcke kaputt gemacht. Aber ich dachte, die hätte ich schon kaputt gemacht. Na gut. Dann eben ein Andermar. So, was hat man hier? Äh, so die Richtung hier. Hm. Hm. Direkt vor mir sollte was sein. Aber ich sehe direkt vor mir nichts. Da hinten ist was zu einsammeln. Oder habe ich das schon gemacht? Keine Ahnung. Moment. Muss ich da hoch vielleicht? Ich gehe mal hoch. Wow. Ein einzelner Block. Kann ich das mit der Rakete kaputt machen? Jo, bringt bloß nichts. Einfach mal zum Leuchtturm gehen. Beziehungsweise kann ich nicht einfach zum Leuchtturm teleportieren? Hm. Ich kann mich gerade gar nicht teleportieren. Hm. Mysteriös. Und da bleibt nur eins. Das ist eine Verschwörung. Hm. Hier sind überall diese Blöcke. Wer weiß, was da noch hinten dran ist. Deswegen lieber mal kaputt machen. Okay. Es ist nur Cash. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Okay. Bowser ist back. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Glücksinsel. Keine Ahnung. So. Wenn Bowser kommt. Moment. Gehen wir mal kurz zurück an den Anfang. Und machen die Wutblöcke kaputt. Und das verwirrt mich auch, Alter. Fünf Insignien an einem. Aber das ist ein anderer Ort. Das sah irgendwie anders aus als am Anfang. Mergewürdig. Cool. So, Bowser. Fleisch ist ja doch noch was cooles hier drunter. Mach mal bitte kaputt. Wo bist du denn? Tatsächlich noch eine Insignie. Die war am Anfang nicht hier. Die war am Anfang nicht hier. Nice. Ähm. Ach, das ist ein ausgegrautes Fragezeichen. Vielleicht kann ich die noch nicht machen. Weil die anderen kann ich machen. Weil die sind rot. Und die sind aus. Also nicht rot. Vielleicht kann ich die wirklich noch nicht machen. Das kann natürlich gut sein, dass man die später erst machen kann. Hm. Ich lukte es am Finger. Äh. Was ist eigentlich hier? Und das kann ich auch nicht machen. Hier kann ich... Hier war ich noch gar nicht. Äh. Ich kann mich nicht porten hier gerade. Warum kann ich mich nicht teleportieren? Ach, ich kann mich bloß an die Großen teleportieren. Ah, okay. Dann gucken wir mal, was hier so ist. Weil hier ist auch noch was. Direkt unter mir jetzt. Bin irritiert. Ich gehe da mal mit der Kamera da hoch, dass ich was sehen kann. Da könnte man hin. Irgendwie. Doch, da würde ich hinkommen. Ah, vielleicht ist da was. Vielleicht ist da was. Ich sehe zwar nichts, aber... Rein theoretisch müsste man da hinkommen. Moment. Moment. Hm. Bisschen weiter runter, ne? Moment. Jetzt hier so runter, ne? Na, was haben wir denn hier schönes? Hallöchen, du! Wie auch immer du da hingekommen bist. Aber cool. Tschüss. Nice. Schade, dass es keine Karte gibt hier. Damit man einfach ein bisschen mehr Übersicht hat, wo man hin muss. Also hier jetzt im Spiel selbst. Das wäre cool. Habt ihr das Gefühl, das erste war am schwierigsten. Der Rest hier ist alles nicht mehr so schwer. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt wird es tricky. Ich habe nichts gesagt. Oh, das sieht doch aber gut aus. Das sieht doch aber gut aus. Nee. Das sah gut aus. Hey, das ist noch ein Toad. Ich habe den letzten Toadie gefunden. Cool. Dann können wir uns auch den letzten Stern am Anfang holen, denke ich. Was ist hier? Oh, bloß Katze. Na gut. Hallo Toadie. Die Katze einfach. Die Katze im Hechtsprung. Nice. So, dann holen wir uns das doch schnell noch ab. Ich gehe mal davon aus. Moment. Ich gehe mal davon aus. Die geben uns noch was, jetzt wo ich alle gefunden habe. Habe ich alle gefunden oder fehlt noch einer? Oh, da fehlt noch einer. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, es fehlt noch einer. Der Brillenhaini fehlt noch. Hupsi. Na hi, hi. Alles geil. Schön. Ja, hier gibt es noch ganz viele Ausrufezeichen, die ausgeschwärzt sind. Idont Knopfe. Idont Knopfe. Hm. Da könnte eventuell noch ein Toadie sein. Oder halt hier in dem neuen Gebiet oder da hinten. Da ist auch noch irgendein ganz crazy schwarzes Fragezeichen. Wer weiß, was das ist. Können wir ja auch mal gucken einfach. So. Nessilein. Kommste. Machste. Schwimmste. Juhu. Juhu. Diesmal habe ich alle getroffen. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Äh. Lass mich hier nicht verirre. Da links rein. Oder? Ja. Battlefield. Sehr gut. Ich kann das Spiel. Irgendwas lebt noch anscheinend. Äh. Okay. Oh. Ein unsichtbarer Gegner oder was? Ha. Hast du gedacht. Hast du gedacht. Hat er wohl gedacht. Hm. Hm. Kampf mit unsichtbaren Clou. Ha. Witzig. Hm. Das habe ich. Das habe ich. Hm. Schwimmen wir doch einfach mal dahinter. Kann ich? Ach. Ich kann mich hier nicht hin teleportieren, weil ich hier noch keinen großen habe. Na. Da müssen wir halt nochmal hin. Schwimmen. Schwimmen wir eben nochmal hin. Hm. Ja. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich da eine große Mission mache. Irgendeine Hauptmission. Irgendwas. Damit ich da mich hin teleportieren kann. Ich wüsste jetzt eigentlich gern, was dieses große schwarze Fragezeichen ist, was dann auf der Map ist. Was es da Besonderes gibt. Das geht immer noch nicht. Macht mal bitte alle Platz. Nein. Autsch. Platz machen. So. Jetzt mal ganz kurz die Map checken. Oder wir kommen. Sollen wir gleich da hinten hin? Da war ich auch noch nicht. Ah. Der muss aber von unten hin. Beziehungsweise kann ich auch runterspringen einfach. Ähm. Komm. Gehen wir erstmal weiter. Ach. Da ist die Insel. Da ist noch eine ganze große Insel. Sie sah jetzt gar nicht so groß aus, ne? Naja. So groß ist er auch nicht. Aber er sieht gefährlich aus. Gefährlich. Oh. Moment. Bowser ist da. Der könnte da vorne die Blöcke mal kaputt machen. Weil dann habe ich hier wenigstens eine kleine Abkürzung. Bowser. Bowser. Einmal bitte hier zerstören. Ich sehe zwar nichts. Aber ich glaube er macht irgendwas. Oder? Ja. Einmal. Von einer reicht quasi schon. Aber. Weil ist da unter einem noch irgendwas drin. Autsch. Wo ist denn Bowser? Ach. Da ist ja Bowser. Uh. Oh. Ich bin gestorben. Upsa. Ich war klein. Ich kann nicht gesehen, dass ich klein war. Ich war groß. Und noch mein ganzes Geld. Oh. Doch nicht das ganze Geld. Nur 50 Rubinen. Äh. Rubinen. Münzen. Schmeiß mich doch direkt ganz woanders raus. Aber ich hoffe, die Dinger bleiben jetzt weg. Weil das muss ich nochmal ganz außen rum. Aber die Dinger bleiben doch weg jetzt, oder? Bitte. Cool. Vielen Dank. Ah. Was hat man da gesagt? Da oben. Da oben ist ja noch ein Insignia. Dann komme ich aber von da erst dran. Das mache ich dann später, denke ich. Würde jetzt gerne mal erst da hinten hingehen und gucken, was es da so gibt. Oh. Da ist auch noch was. Da müssen wir uns irgendwie merken. Falsche Richtung. Äh. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Ich sehe es tatsächlich nicht, wo es ist. Ach da. Okay. Gut. Das habe ich nicht gesehen. Und ich war auch irgendwie die falsche Richtung gerade. Ab geht's. Links oder rechts? Geradeaus. Was zur Hölle? Na gut. Okay. Yep. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Ja gut. Wie soll ich jetzt da rüber kommen? Okay. Da muss ich erstmal hier den ganzen Sapsch wegmachen für. Das wäre also überhaupt noch gar nicht gegangen. Na gut. Dann, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir halt erstmal hier gucken, was es hier so gibt. Bisschen, bisschen planlos renne ich hier gerade von A, B, C, D. Ja, ich weiß. Cool. Äh. Wie komme ich da hinten hin? Moment. Vielleicht hier? Ne, warte mal. Ne, da komme ich ja hier wieder raus. Okay, okay. Längen lasse ich das Ding auch nicht so gut. Ich kann. Ich kann. Ich bin richtig gut. Ich kann. Ich habe immer noch nichts zu trinken hier. Ah. Hm. Dann eben so. Dann eben so. Komme ich da überhaupt hin? Moment. Warum mache ich es mir so schwer? Er kann die doch auch einsammeln. Ich mache mich jetzt immer so unnötig kompliziert. Ich habe das Gefühl, ich komme da nicht rüber gesprungen. Ich habe noch nicht. So ist gut. So ist gut. Ach, diese Röhren. Ich hab sie nicht vermisst. Das wollte ich genauso. Komm ich da hochgesprungen? Ah, komm schon, das packst du doch, Mario. Okay, ich stell mich grad ein bisschen doof dran, ich geb's zu. Ich geb's zu. Und ich werd immer wieder den Anfang geschmissen. Das ist sehr freundlich. Was mach ich denn? Ich muss doch in die Röhre rein. Bisschen mehr Konzentration jetzt. Komm. Ich hab gedrückt. Er hat bloß keinen Bock manchmal. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab grad ne kleine Pechsträne. Das geht vorbei. Leute, das geht vorbei. Hm. Cool. Cool. Nein. Ey, manchmal reagiert das Ding auch einfach nicht, wo er hin soll, ne? Ich drück die Richtung, aber... Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Das nervt mich jetzt schon, dass er manchmal einfach nicht reagiert. Äh... Bowser? Ja... Moment, ich muss erst mal mir einen Plan machen, wo ich hin will hier. Fast gut. Ich seh hier nur bloß die Hälfte gerade. Äh... Geh mal weg Bowser. Das ist... Diese... Diese... Stör... Störversuche hier, die... Die müssen nicht sein. Katze. Hm. Kann ich den... Kann ich die mit... mit Feuer besiegen? Moment. Kann ich die mit Feuer wegmachen? Darf ich... Darf ich bitte ne Blume haben? Danke. Ja. Okay, gut. Gut. Äh... Komm ich da wieder rein? Oh, tatsächlich. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es klappt. Aber... Na gucken, was der Leuchtturm sagt. Hat er wieder einen tollen Tipp für mich? Hast du dir schon die Rubrik Hilfe? Das hast du mir schon mal erzählt. Warum soll ich jetzt noch Hilfe wollen? Ich hab Bowser schon besiegt. Ich bin im Endgame. Brauchst du Hilfe? Nee, ich brauch keine Hilfe. Ha. Aber... Ah. Dich hab ich nicht vergessen. Ha. 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 Da unten für ne Münzparty. Ist da was? Hm. Hm. Da unten ist Münzparty. Ähm. Toll. So ein Glück bin ich zur Sonne gekommen. Der Rückblick hab ich nicht mehr geschafft. Don't know. Dich hab ich schon gemacht, oder? Ja. Da ist kein Bild drauf. Hm. Was gibt's denn noch? Ich würde ja gerne mal wissen, was da hinten so abgeht. Äh. Wie komm ich da hin? Indem ich fast nur grad ausschwimmen. Und jetzt vielleicht so ein bisschen da lang. Äh. Pack ich? Das pack ich doch nie und nimmer. Ah. Moment. Hä? Hä? Wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ah. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Wenn Bowser erscheint, erscheint hier garantiert eine Rampe, über die ich drüber springen kann. Das hört schon ein Plan an, oder? Das hört sich nach einem Plan an. Und hier das Ding muss auch noch kaputt gemacht werden. Also Bowser könnte jetzt mal kommen. Da kann ich zwei Sachen einsammeln. Ha. Da hat sich festgebacken. Oh. Noch ne goldene Röhre. Cool. Verrückt Das ist doch die Musik von Mario Bros. 2 Aus dem Auswahlbildschirm, wenn man Charaktere auswählt Müsste Mario Bros. 2 sein Da hinten ist noch was, bau sehr schnell, holst dir Okay, das hätte man sich denken können Aha, aha, ähm, gib mir mal die bitte, damit fühle ich mich ein bisschen sicherer Boah, fast schon verkackt Wo muss ich denn hin? Gibt's hier irgendwas drauf? Oh, da, 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 da Boah, instant Totemann in Lava kommt Okay Gut zu wissen Bin pleite, scheiße Okay 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 Okay